Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Dann gab es einige Abbuchungen, die nicht hätten sein dürfen, die anscheinend im Zusammenhang zwischen Google Pay-Nutzern, die Paypal als Zahlungsmittel eingetragen haben, hervorgebracht haben. Und da gab es jetzt auch ein paar Meldungen, dass teilweise sogar Paypal rausgeflogen ist bei gewissen Google Pay-Nutzern. Das sollte nicht so sein, zumindest hat der Stadt Bremerhaven-Blog das bei Google und bei Paypal abgeklärt. Und sollte da jemand noch Probleme haben, am besten meldet ihr euch gleich da in die Richtung, sofern ihr das nicht schon direkt bei Paypal oder Google, wo auch immer, gemeldet habt. Und ja, checkt eure Ausgaben, die ihr da so auf der Liste habt. Dann hatte ich auch vor kurzem schon die Geschichte mit den HomeKit-Routern ERO. Also I-I-I, doch ERO wahrscheinlich, 3E-RO. Genau, ist mittlerweile der erste Router, der das Update bekommt. Das Update wurde jetzt ausgerollt. Was das genau heisst, was man da für Möglichkeiten damit hat und so weiter, das könnt ihr im lebesmart.ca-Blog nachlesen. Auch, dass ihr dadurch das ganze Netzwerk neu installieren müsst, bringt aber dafür auch mehr Sicherheit und den drei Stufen, die ihr da nutzen könnt. Zum einen könnt ihr alle Smart Home Geräte komplett abschotten vom Netz und nur über die iCloud rauslassen. Ihr könnt das Ganze auf automatischem Modus stellen oder einen kleinen eingeschränkten Zugang dennoch nutzen für andere Möglichkeiten. Ich hoffe, es ergibt sich irgendwie die Möglichkeit, dass ich das nächste Netz auch mal ein bisschen genauer anschauen kann, weil es klingt spannend. Dann gibt es Neuigkeiten zu Disney, der gleich zwei. Das erste ist Bob Iger geht jetzt doch schon früher. Eigentlich wollte er bis 2021 bleiben. Es sagt sich jetzt aber, dass es sein Zenit erreicht hat. Er hat schon so viel geschaffen und seit 2005 doch Disney auf einen Höhenflug gebracht. Er hat Star Wars die Rechte gekauft. Er hat das Marvel Cinematic Universe gekauft. Er hat einen Sender Fox aufgekauft, da wo unter anderem die Simpsons und so weiter dabei sind. Und hat Ende letzten Jahres Disney Plus an den Start gebracht. Und das nicht sehr unerfolgreich. Und er gibt das Amt jetzt einem weiteren Bob, der bis anhin die Disney Parks geleitet hat und wird bis 2021 noch mit ihm an dem Ganzen arbeiten, sodass er der neue Bob sich einarbeiten kann. Dann die zweite News aus dem Hause Disney. Den Disney Original, den Mandalorian. Etwas, was ja im Disney Plus Abo mit drin ist, hat seine Premiere und zwar witzigerweise, eventuell ist deshalb auch der Dienst ein bisschen vorverschoben worden, seine Premiere im Free TV. Bei ProSieben kann man am 22. März das Ganze anschauen. Die erste Folge, die ganze Serie gibt es ja eben auf Disney Plus und die startet ja am 24. März diesen Jahres. Für all diejenigen, die noch vom günstigen und Anführungsschlusszeichen, wie ich ja lernen durfte, besten Dank an der Stelle für die ganzen Tweets. Disney Plus partizipieren möchte mit dem Jahresangebot da auf jeden Fall zuschlagen. Ausser eben, man sitzt in der Schweiz, da zahlt man ja wieder mal unschöne Gebühren, Schweizer Gebühren oder wie man die auch immer nennen mag. Dann eine Info für all diejenigen, die nach wie vor auf Wunderlist setzen. Am 6. Mai ist es soweit, dann wird der Dienst offiziell abgeschaltet. Ich würde sagen, schaut euch vorher nach Alternativen um, sonst wird der Tag sehr hart. Dann zu guter Letzt gibt es Neuigkeiten aus der letzten iOS-Beta-Version, die gestern rausgepurzelt ist für diverse Apple-Geräte. Und bei den iPhone und iPad, also iPadOS und iPhoneOS, hat man im Code ein bisschen was gefunden, oder nicht nur im Code, sondern doch, bei den Einstellungen, die Möglichkeit, das Gerät zurückzusetzen, ohne es an einen PC oder Mac zu hängen. Davon haben einige schon länger geträumt und zumindest in der Beta ist es drin. Mal schauen, hoffentlich funktioniert es stabil. Dann könnte es ja sein, dass es nächstens auch in die finale Version des nächsten iOS-Updates reinfliegt. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Wenn ihr mögt, morgen Freitag kommt die letzte Sendung der Woche. Gerne nochmals, ansonsten euch einen erfolgreichen und schönen Tag. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.